Und damit Meunzen zum VfB-Podcast diese Woche, den VfB-News. Auch wenn die Saison vorbei ist, gibt es ja doch eben in Sachen Transfers, vor allem leider für uns VfB-Fans quasi, ja, doch noch jede Woche was zu erzählen. Also wird es wahrscheinlich auch so weiterbleiben, das Format hier am Freitag. Hier auch wieder so ein bisschen aufgeteilt, wie ich es letzte Woche quasi angefangen habe, nach Anregung von euch, teilt es auch mal ein bisschen auf, habe ich gemacht, wir fangen an. Also natürlich ein bisschen länger her, wir haben wieder die Zeitspanne von einer Woche, also der Tweet ist vom 22. Mai beispielsweise. Heute beendet der VfB zum ersten Mal seit acht Jahren, genau seit dem 18. Mai 2013, als Bruno Labbadia beim Heimspiel gegen Mainz auf der Bank saß, eine Saison mit dem gleichen Trainer, mit dem er es hier auch begonnen hat. Das ist junger Vater, das ist eine kranke Statistik, das ist ein kranker Fact. Alter, what the fuck, man. Acht Jahre. Schü, wir machen weiter. Auch mit so einem VfB-Rückblick quasi, so ein bisschen die Kategorie. Heute vor sechs Jahren, beziehungsweise am 30. Mai war es vor sechs Jahren, eines der emotionalsten Spiele ever, Last Man in Klasse Night in Paderborn. Oh ja, oh ja. Das war die zweite Rettungsaktion von Hüb, von King Hüb, von Hüb Stephens. Das war die Davi 1 zu 1, du lagst nach drei Minuten hinten, glaube ich, direkt. Musstest da gewinnen, dann Steilpass von Maximus gewesen sein in den Lauf. Gehnt schon gegen deinem Keeper vorbei, schiebt ihn ein, du gewinnst 2-1 und rettest dich. Unfassbar. Das war auch ein kranker Saison-Endspurt, was in der Saison abging. Mit Siegen gegen Mainz und so weiter, wo du aus dem Nichts kamst, von Platz 18 kamst und dann noch mal hochgeschossen bist. Ja, aber das Jahr drauf ging es ja dann trotzdem runter. Dann auch nähere Vergangenheit quasi. Heute vor einem Jahr, auch tatsächlich der heutige Tag, also der 28., an dem ich es hier aufnehme, Stand der Dinge ist so 16 Uhr grob in etwa. Wie gesagt, wie immer alle Quellen unten in der Videobeschreibung drin, ihr wisst Bescheid. Heute vor einem Jahr, was für ein emotionaler Moment. Am 28. Mai 2020 trafen der VfB und der HSV am 28. Spieltag im Taubstiel aufeinander. Auch ohne Fans. 2 Minuten liegen zur Halbzeit, schneller Ausgleich nach der Halbzeitpause. Und dann, wir kennen auch den Stream noch legendär. Aber das 3-2 in der 90. González trete nochmal auf gegen den Schluss, geht die Linie runter, schiebt ihn rein und gerade Ausgleich in Gonzalo Castro läuft rein. Der ist nicht unbedingt so, ja, die Saison war deutlich besser als die letzte, sag uns mal so. Und ist sehr unerwartet besser als die letzte vor allem. Und gerade Gonzalo Castro schiebt das Ding ein. Das wird auch lange in Erinnerung bleiben, glaube ich, das Spiel. Zumindest, wenn man sich immer an die Saison zurückerinnert, wird das Spiel im Kopf bleiben. Wir gehen weiter. Nächste Kategorie so ein bisschen VfB-Stats quasi. Wir haben 15 VfB-Spieler haben in dieser Saison ihr Bundesliga-Debüt gefeiert. Das ist auch krass. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Aber klar, das ist ja quasi das Zweigerteam gewesen. Der Zweigerkader gewesen. Und da haben die wenigsten noch Bundesliga-Erfahrung gehabt. Vor allem auch in der Startelf nicht. So. Wataru Endo, einfach nur was zu sagen, wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, aber er hat die meisten, ja, Zweikämpfe, die meisten Challenges gewonnen in dieser Saison. 476 mehr als jeder andere Bundesliga-Spieler in dieser Saison. Und auch schön, auch hier auf Twitter eine Quelle von, also derjenige hat Bilder reingepackt von Create Football, von so einer Scouting-Plattform, so wie es aussieht. Da ist der VfB auch, oder VfB-Mitspielern in jeder Kategorie irgendwo vorhanden. Expected Goals ist González mit drin in Top-Werten. Erfolgreiche Dribblings ist Silas mit drin. Erfolgreiche Flanken ist Sosa ganz oben tatsächlich. Ne, nicht ganz oben, sorry. Auf Platz 2, ganz oben ist Kostic, habe ich gerade verschaut. Bei Torschussvorlagen ist Sosa auch mit am Start. Was haben wir hier noch? Expected Assists haben wir auch noch Sosa mit drin. Sehr schön. Einfach ein Zeichen davon auch, logischerweise, die Saison lief einfach gut. Sie lief einfach gut. So, da hat sich dann, ja genau, wir machen hier weiter. Auch Leistungen quasi, passt ja zu dem Bereich, wer denn so alles nominiert wurde vom VfB. Wir fangen an mit der U21-Europameisterschaft, die jetzt weitergeht, in die Finalrunde geht. Da bleibt Kimovic im Kader erhalten. War ja auch schon damals mit im Kader drin, dass sie die Gruppenphase überstanden haben. Und dann hier, sehr schöner Tweet, sehr krasses Feed hier einer, Feed, Feed, Fred, wie auch immer gebaut. Hier ist unser VfB-Fahrplan durch die Länderspiele des Sommers und wo ihr die Spiele verfolgen könnt. Heute ging es ja schon los mit einem Sieg von Japan mit Endo. Du hast Kobel mit der Schweiz. Kimovic U21, Chulinov hast du in Nordmazedonien. Kalajdzic, González, ich gehe mal die Spieler hier durch. Genau, genau, Kalajdzic, González, Kobel. Ja, Wahnsinn. Einige, einige Spiele, die man hier durchgehen kann. Natürlich beginnt dann irgendwann auch die EM. Das ist schon, das ist schon stark. Also wirklich sehr, sehr viele Spieler vorhanden. Ich glaube sieben Stück oder so insgesamt. Der VfB, glaube ich, rausgehauen. Narte, stimmt, ist auch dabei bei der U21, sehe ich hier noch. Habe hier bestimmt irgendwen übersehen. Sehr, sehr schönes Ding. Und auch schönes Ding, was auch immer zeigt, auch da läuft es richtig. Zwölf Talente sind in diesen Tagen bei Lehrgängen der jeweiligen Nationalmannschaften. Vom VfB von der U15 bis U18. Auch schönes Ding. So, Kategorie Transfers. Wir machen erstmal so ein paar allgemeine Transfers. Natürlich noch zu den zwei großen Personalien, Kobel und Kalajdzic. Ein bisschen das Zitat. Wir müssen sehen, dass wir gleich gute Qualität für weniger Geld holen. Das ist halt auch mein Job, dafür werde ich bezahlt. Richtiges Zitat. Wir haben hier ein Transfer-Update vom Cannstatter-Blog auf Instagram. Bei Gregor Kobel und Marc-Oliver Kempf deutet es vieles auf einen Abgang hin. Es fanden bereits intensive Gespräche mit Nico Stotterbeck statt. Eine Ablöse von rund 8 Millionen Euro wäre fällig. Verhandlungsbasis bei Florian Müller. Möglicher Kobel-Nachfolger liegt bei ca. 6 Millionen Euro. Und laut Kicker hat Missentat bei beiden gute Karten. Also bei Stotterbeck sowie bei Müller. Was schon durch ist, keine große News wert, weil klar, dass er kommt. Kaufverpflichtung bei Klassenerhalt hatten wir, hat sie automatisch aktiviert. Wir zahlen 1,5 Millionen Euro für Ahamada. Und dann, krasses Ding, ohne Witz. Gib mir eine Schubkarre, ich fahre den dir nach Villareal. Weil als ich die Summe gehört habe, hui, nicht schlecht. Damals geholt, leider Riesenflop geworden bei uns. Pulitzer hat er bestimmt, vielleicht auch, wie gesagt, du hast ein komplett neues Umfeld. Ich glaube, von der Zeit damals ist keiner mehr da, in der sich, dazu wissen wir auch, um wen es geht, Maffeo, in der sich Maffeo komplett reingeschissen hat beim VfB. Komplett unbeliebt gemacht hat, scheinbar. Von der Zeit ist ja keiner mehr da. Das war die Reschke-Phase, Korkut und so weiter und so fort. Davon ist ja niemand mehr da. Auch rein vom Team her ist gefühlt niemand mehr da. Aber trotzdem sieht es nicht so aus, würde er nochmal eine neue Chance bekommen, Maffeo. Rein sportlich könntest du es vielleicht machen, aber ich glaube, rein menschlich und vom Verein und vom Zusammenpassen wird das, glaube ich, nie wieder was. Aber, schön dann zu lesen, er ist zwar wieder mit seinem, ja, mit dem Verein, wo er ausgingen war, wieder abgestiegen. Ich glaube, das ist im letzten Verein auch schon passiert, irgendwie so. Aber Spanien scheint es wohl zu sein und Villareal ist wohl scheinbar dran. 5 Millionen Euro wollen sie wohl scheinbar auch sogar zahlen. Also, wie gesagt, Schubkarre. 5 Millionen rüber nach Villareal, aber sofort. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so viel Kohle für den bekommen. Hat natürlich noch Vertrag bis 2023, da hat Reschke wohl ein richtig langes Ding rausgehauen. Sollte auch die Zukunft sein, hat ja beide neu besetzt. So ist er auf links die Zukunft, Maffeo auf rechts, auf den Abwehraußenbahnen quasi. Ja, und wie gesagt, Spanien scheint das zu sein. Bei Girona war ja auch schon stark Villareal, neuer Europa-League-Sieger. Warum nicht? Lass ihn doch da hinwechseln. 5 Millionen klingt nach einer Topsumme. Warum nicht? Dann hier Schlotterbeck-Poker. Konkurrenz für den VfB scheinbar ist nämlich neben uns noch RB Salzburg dran an Schlotterbeck. Ja, ich meine, klingt jetzt doof aus so einer Aufsteiger-Perspektive und VfB-Perspektive. Aber warum sollte da Salzburg bitte ein großer Konkurrent sein? Da kannst du nur hinwollen, wenn du entweder sagst, jo komm, mir ist das wert, dass ich die gesamte Saison in einer komplett räuligen Liga spiele. Aber halt wenigstens viermal europäisch spiele in der Saison. Ich weiß nicht, wo die sind, in welchem Wettbewerb. Das Champions-League ist Euro-League, keine Ahnung. Das einzige Argument, weil sonst ist doch der Liga-Betrieb völlig für die Cuts. Brauchst ja nicht hinwechseln, wenn du irgendwie nicht weiterentwickeln willst. Oder halt, er sieht den Weg über RB Salzburg zu RB Leipzig. Das sind die zwei Optionen. Mal gucken. Aber ich glaube, da hieß ja auch, dass er gute Karten hat. Und ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. Aber Abwehr ist halt schon heftig, Mann. Ist halt schon krass. Hier auch als Ablöse stehen, ein Jahr vor dem Vertragsende, acht Millionen Euro im Raum. Acht Millionen Euro, ein Jahr vor Vertragsende. Man muss ja gucken, was bekommst du für Kempf. Bekommst du für den sechs Millionen, sieben Millionen, weil die Ausschreibsklausel von zehn oder zwölf Millionen, was das genau ist, wird dir niemand bezahlen für Kempf. Ist einfach so. Deswegen irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Millionen kriegen wir vielleicht für Kempf. Dann wäre das ja quasi wieder drin. Aber acht Millionen, das klingt jetzt auf den ersten Blick schon heftig. Weil, glaube ich, wirklich ein sehr guter Ersatz. Bleibe ich dabei. Aber acht Millionen ist die Ablöse von einem Silas, wenn du das Kaliber mal überlegst. Gonzalez war auch um die acht Millionen, meine ich, oder neun, irgendwie so grob. Und halt acht Millionen ist auch ein doppelter Anton. Der hat vier Millionen gekostet. Und es ist auch ein doppelter Kobel. Der hat auch vier Millionen gekostet im letzten Sommer. Sind wir schon wieder so sehr aus dem Corona-Transferfenster raus, dass man dann für so jemanden doppelt so viel ausgebt wie für einen Anton? Schwierig. Aber am Ende des Tages wird genug Kohle wohl reinkommen. Deswegen kann man das, glaube ich, auch wohl machen. VfB ist dann auch noch interessiert. Genauso wie Hoffenheim und Mainz auch an einem Mittelfeldspieler. Mathieu Kambala von Metz. 18 Jahre alt. Defensives Mittelfeld. Nächstes Riesentalent. Mal gucken, wo er hingeht. Und wie gesagt, Hoffenheim und Mainz auch interessiert. Mal schauen, ob es sich irgendwie groß verdichtet, das Gerücht. Auch schön, immer wieder schön zu lesen. Auch Twitter hier von Football Talent Scout. Die hier ein bisschen was über den Bejas schreiben und auch hinschreiben. Sven Mislintat is doing his magic. Another huge talent joins Stuttgart. Und such a well-run team. Ah, das liest sich so schön. Das liest sich so schön einfach. Nennt natürlich unten die ganzen U23-Talente. Bejas, Kalajic, Mola, Koulibaly, Massimo, Jolinov, Klimovic, Sanko, Eklov, Silas, Aydonis, Kohl, Gonzalez, Mangala, Sosa. Es liest sich einfach schön. Vor allem dieses such a well-run team. Wann war das letzte Mal bitte wirklich ein gut organisiertes Team? Ein gut aufgestellter Haufen. Wann? Wahnsinn. Einfach schön. Auch schön. Rein persönlich, weil der Typ, glaube ich, wirklich ein super Typ ist. Und auch, glaube ich, der Klub top ist, was er jetzt gemacht hat mit der Lösung. War ja damals schon ein Gerücht. Jetzt ist es offiziell. Kaminski wechselt zu Schalke 04. Ablösefrei im Sommer. Passt, glaube ich, top. Zwei-Jahres-Verträge hat er bekommen dort. Ich muss gerne sagen, dass Schalke bisher im Sommer gut unterwegs ist. Der Rottin geholt. Haben einen Trainer, der zweite Liga kann. Jetzt natürlich einen geholt. Wie immer, irgendwen bringt der Trainer immer mit. Bei uns hat der Walter quasi, doof gesagt, einen Karasor mitgebracht. Auch wenn ich das noch chronologisch weiß, dass der Walter nach Karasor kam, meine ich. So meine ich es nicht direkt. Aber hier kommt halt einer aus Darmstadt. Latza von Mainz. Die war, glaube ich, kein schlechtes Job. Bisher die Schalker. Und Kaminski, der hat Bundesliga-Kaliber, der Kaminski. Ganz sicher. Hat man auch gesehen bei ihm in den Einzelspielen, die er hatte. War er völlig in Ordnung. Top-Transfer für Schalke und auch gut für Kaminski. Da in der Sonne, vor allem oder vor wahrscheinlich sehr jungen Mannschaft, kann er nochmal aufblühen und helfen. Mafropanos ebenso. Konkurrenz für den VfB. Da sind wir ja scheinbar gut unterwegs und gut dran, den nochmal auszuleihen mit einer möglichen Kaufoption dann im nächsten Sommer 2022. Da kommen scheinbar noch Lazio Rom dazu. Ja, bevor die Mafropanos holen. Die sind ja auch im Gerücht vom Kempf. Dann sollen sie halt Kempf holen. So, ganz entspannt. Und was auch passiert ist, Paderborn zieht die Führig-Option. Das ist das Gerücht von dem Führig. Mal gucken, jetzt haben sie sie gezogen. Irgendwie eine Million oder sowas. Hieß ja immer, jo, eigentlich haben sie nicht so krass viel Kohle. Wenn sie sie ziehen, dann wahrscheinlich, weil sie wissen, dass sie ihn weiterverkaufen können für mehr Geld direkt. Mal gucken, ob das dann dadurch angeheizt wird und auch dann dadurch passiert. Kicker berichtet, Lage stabil, aber Transfererlöse nötig. Hitzesberger VfB muss Spieler verkaufen. Ist ja klar, wie gesagt, wir haben es auch schon vor ein, zwei Wochen, als ich im Podcast mit 45 Millionen Euro Verlust aufgrund der Corona-Pandemie Lage in Ordnung. Aber es ist natürlich 100% klar, dass du eben Kohle mitnimmst. Wenn du die Spieler, ne, wenn das mit Spielerverkäufen passiert, dann passiert es. Genauso wie das, was wir gleich mit Kobel ansprechen. Natürlich nimmst du das Geld mit, logisch. Also wir sind nicht dazu gezwungen, aber wir werden es trotzdem tun. So, das ist ganz, ganz klar, vor allem in so einer Situation noch, aber halt auch rein vom Verein, ja, Aufsteiger, Talente ranholen, Ausbildungsverein. Das ist halt der normale Weg, eben den, den wir jetzt hier bei Kobel haben. Kobel wechseln nach Dortmund steht unmittelbar bevor. Der 23-Jährige soll sich bereits zum Medizincheck in Dortmund befinden. Es geht da wohl um 15 Millionen Euro. So, ähm, ja, tut natürlich weh, weil ich glaube, dass 15 Millionen Kobel sportlich sowie menschlich nicht ersetzen. Du bist da ja scheinbar gut dabei, den Müller zu holen. Ist, glaube ich, auch wirklich ein ordentlicher Ersatz. Den kriegst du wohl für 5, 6 Millionen, also hast du da auch irgendwie 9 Millionen Profit oder sowas, wenn man die Kasse anguckt. Also auch da völlig in Ordnung. Ähm, ja, hm, schwierig. Ja, natürlich schade, dass er weg ist oder dass er weg will. Ist noch nicht offiziell, aber er wird weg sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, da gab es halt wohl die ganzen Geschichten mit Gentleman's Agreement und so weiter. Wir packen dir keine, keine Klausel rein. Dafür legt man dir auch keinen Weg, keine Steine im Weg, wenn du eben so einen Wechsel machen kannst. Weil das kannst du auch im Kobel nicht, nicht irgendwie, ja, nicht böse, böse nehmen. Weil, ja, wenn Dortmund dir sagt, jo, komm her, Champions League, Bundesliga immer, trotzdem, dass die Bayern immer holen, aber auch immer Titelkandidat so ein bisschen und da spielst du Stamm, logisch. Also, da kannst du es dem Kobel auch nicht übel nehmen. Ähm, ja, passiert. Und dann muss man auch sehen, die einzige Frage ist halt die Ablösersumme. Ich wäre da schon gerne in Richtung von 20 Millionen gegangen bei Kobel. Mal gucken, ob da irgendwelche, vielleicht irgendwelche Klauseln drin ist oder so. Muss man mal sehen, vielleicht ist da was möglich. Nach dem Motto, er spielt fünfmal Champions League, doof gesagt, und dann kriegt es ein paar Millionen noch obendrauf. Keine Ahnung. Und, was ich auch mit reingenommen habe, mal eine ganz andere Quelle quasi, oder ein anderes, anderer Bereich quasi. AC Mailand hat sich, ähm, Maik, äh, Mainior geholt, wo er scheinbar auch Dortmund dran war, von Lille, Meister geworden in Frankreich. Top-Talent, riesen, ja, Torwart-Talent, europäisch begehrt, wie gesagt, auch Dortmund dran gewesen. Und der kostet die auch wohl so 13, 15 Millionen. Also, du kriegst halt für Torhüter, bekommst du halt nicht das Geld des Jahrhunderts, so. Bei Kobi muss man auch noch sagen, das wollte ich vorhin sagen, wo kurz eine Pause war, wo ich kurz eine Denkerpause hatte, ähm, dass es ja auch dann zumindest komplett fair und ruhig zugegangen ist. Also, keine falschen Bekenntnisse von wegen, yo, ich bleibe beim VfB und das hat doch in zwei Wochen wechseln, dann bin ich sehr transparent gesagt, jo, ist ein Thema, wir beschäftigen uns damit, äh, VfB ist auch nicht ganz raus und so, ne, mir gefällt es hier, aber dort natürlich ein Thema, bla, bla, bla. Das, deswegen, das kann man denen auch nicht vorhalten, das finde ich auch in Ordnung. Aber was da natürlich schade ist, sein Marktwert eben erst gestiegen auf 13 Millionen. Von 8 auf 13 Millionen. Und dann zahlst du halt dafür nur 2 Millionen mehr als Dortmund. Ist halt irgendwie, keine Ahnung. Finde ich ein bisschen, ja, Ablösesumme tut ein bisschen weh, finde ich. Aber, gut, dann trotzdem halt auch der zweitteuerste Keeper nach Neuer in der Bundesliga. So, Kobel auch noch anderes Thema natürlich, ähm, aber auch anderes Thema erstmal HSV quasi, weil da jetzt Tim Walther neuer Trainer ist, können wir so als Randnotiz mit dazu packen. Habe ich Bock drauf, bin gespannt, wie das so läuft. Aber das erste, für geile Aussagen raushaut, mal gucken, ob er erfolgreich ist mit dem HSV. Ähm, und eben das, genau das Ding, Steffen Krebs, haben wir ja schon vor Ewigkeiten gesagt, kommt als Torwarttrainer von Gladbach zum VfB. Das ist ja meines Wissens immer noch der Torwarttrainer schlechthin, irgendwie aus Hoffenheim und wo auch immer der Kobel kennt. Das ist quasi Kobels Torwarttrainer, übertrieben gesagt. Ähm, dafür soll scheinbar unser Uwe Gospodarek zum HSV wechseln, unser Torwarttrainer. Das heißt, im Sommer kommt dein Torwarttrainer quasi, äh, aber halt der Torwart ist dann weg, der quasi perfekt zum Torwarttrainer passt, so doof gesagt. Ist halt schon, keine Ahnung, ein bisschen schade. Ähm, dann Sascha Kalajic, nächste große Personalie in Sachen Transfers. Musst du auch gucken. Ähm, ich bin mir fast, weil das ist auch von der Art und Weise, wie es, wie er, äh, sich ausdrückt und so weiter. Also in ähnlicher Art und Weise wie bei Kobel, auch sehr transparent, auch, ja, wir gucken mal, erst mal EM und so weiter. Klar, ich gebe jetzt kein Treuebekenntnis, sage aber nicht, dass ich weg will und so weiter. Ja, keine Ahnung. Also ich gehe, ich gehe fast ganz, äh, ja, ganz negativ davon aus, dass der auch geht. Also keine Ahnung. Irgendwie habe ich gerade ein Gefühl, dass der Kollege uns auch verlässt. Lass den drei, vier Torinnen bei der EM schießen und der Typ ist auch weg. Tut dann natürlich auch extrem weh, äh, aber der Typ ist dann glaube ich auch weg. Hat jetzt hier was mit, ähm, österreichischen Sky gesprochen, habe ich mir reingezogen, ähm, wo er auch wieder, ja, nichts klar sagt in Sachen Abschied, aber auch nichts klar sagt in Sachen, ich bleib da. Äh, dasselbe ist auch im Kicker-Podcast mit ihm, auch beides sehr hörenswert, ähm, ja, und vielleicht ist auch gerade der Zeitpunkt der Optimale, um ihn auch tatsächlich rein vom Geld her, vom Marktwert her zu verkaufen. Muss man gucken. Weil er auch Marktwert-Erhöhungen bekommen hat, gerade eben quasi erst gestern am 27. 2020, ähm, nochmal von 17 Millionen hoch, äh, auf 22 Millionen Marktwert. Der Kollege hat angefangen, der stand am 8.04.2020, stand der Kollege bei 2 Millionen Marktwert, jetzt ist er mittlerweile auf 22 Millionen vor Saisonbeginn, oder Mitte in der Saison quasi, im November war er bei 4,5 Millionen. Wahnsinn, wie der, wie der Marktwert hochgeschossen ist. Und keine Ahnung, schwierig einzuschätzen beim Team generell, ne, nächste Saison, wie es da aussehen wird, ob die sich nochmal genauso gut schlagen, oder ob eben, ne, das kommt, was man so ein bisschen erwarten könnte, eben, dass alle, wie man es auch so oft sagt, alle halt komplett überperformt haben. Ähm, keine Ahnung, ich sehe es irgendwie fast nicht, dass wenn du halt beispielsweise noch einen González abgibst oder sowas, und dann blödsack komplett auf Kalajic angewiesen bist vorne drin, dass er dir nochmal eine Saison macht mit 22 Scorern, 16 Buden. Ich sehe es fast nicht, keine Ahnung, ich sehe da jetzt keinen Flop bei Kalajic, aber ich sehe auch schon, dass Kalajic extrem überperformt hat. Also ich glaube, wenn du vor allem nicht so sehr abhängig von ihm bist, oder auch eine ganz andere Erwartungshaltung hast vielleicht an ihn, dass der nicht nochmal 16 Hütten macht. Ich glaube, rein vom Marktwert, vielleicht steigt er auch noch durch eine EM, wäre rein fürs Verkaufen, glaube ich, Kalajic tatsächlich gerade ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, auch wenn der natürlich vom Typus her, genau wie ein Kobel, oder vielleicht sogar noch mehr als ein Kobel, auch extrem, extrem wehtun würde, und man dann auch wieder kreativ werden müsste, wie ein bisschen halt da dann als Ersatz holt. Aber Zeitpunkt wäre, glaube ich, nicht ganz verkehrt, und wie gesagt, ich rechne es auch nicht ganz raus. Also ich sehe es tatsächlich, finde ich ganz unwahrscheinlich, dass wir den leider auch abgeben im Sommer. Das wird lange sein, der Sommer, schon tausend mal angesprochen wird, langer Sommer, wird sehr, sehr unangenehm, viele Gerüchte. Ich hoffe, dass wir unser Team wenigstens halbwegs irgendwie beisammenhalten können, gibt ja gefühlt zu jedem Top-Spieler irgendwie Gerüchte. Das wird ein ganz langes Ding. Dann machen wir noch so ein paar Random-Dinger zum Ende, hier quasi so ein bisschen, die keine richtigen Kategorien finden konnten. Sommer-Neuzugang, Alu Kohl, Interview bei Spox, keine Ahnung, Spox, glaube ich. Schönes Interview gegeben, kann man sich reinziehen. Hier, ehrlich gesagt, habe ich keine Sekunde, dass Stuttgart bei mir angeklopft hat. Ich wusste sofort, das ist der richtige Klub für mich, da will ich hin. Am Anfang wird es für mich erst einmal darum gehen, mich in Stuttgart zurechtzufinden. Ich will unbedingt die Sprache lernen, ich muss einfach Gas geben und jeden Tag arbeiten. Dann habe ich hoffentlich eine Chance, einen Platz im Bundesliga-Kader zu verdienen. Das ist das erste Ziel. Natürlich will ich mich darüber hinaus in der Bundesliga durchsetzen, Tore schießen und ein Star in meinem Klub werden. Und eines Tages in den Champions-League spielen, am liebsten mit Stuttgart. Aber noch ist das weit weg. Cooler Typ, geile Interviews, wissen wir ja Bescheid. Die meisten, die das VfB auf Social Media verfolgen, haben es schon mal mitbekommen. Seine Interviews dort, auch ein ähnlicher Typ wie in Karlajcic, rein vom Unterhaltungswert. Cooler Typ, auch sehr interessant. Tim Kirk kommt von Borussia Dortmund für den Grundlagenbereich. Er wird neuer Ausbildungsleiter für die Trainerteams von der U10 bis zur U13. Also er wird die Trainerteams unterstützen als Ausbildungsleiter. So rum. Krass, Mann. Scheinbar auch eine Top-Personalie, sagt mir jetzt persönlich nichts. Aber das, was man so hört, aus Podcasts hört und so weiter, ist es ein Top-Typ. Und ey, guck mal, wo wir da ansetzen, Mann. U10 bis U13 schon. Also ich glaube, in Nachwuchsleistungsgeschichten sind wir krass unterwegs mittlerweile. Sehr, sehr krass unterwegs mittlerweile. Dann, der VfB bekommt Silber. Für sein nachhaltiges Handeln bekommt der VfB eine silberne Sustain Club Auszeichnung. Auch ein schönes Ding. Und zum Schluss noch, wenn Köln absteigt, geben wir vier Plätze hoch, was ca. 6,8 Millionen Euro entspräche. Geht hier um Einnahmen durch Medienverwertung und so weiter und so fort. National, international bekommen wir schon mal ein paar Millionen nochmal obendrauf. Wenn Köln eben absteigt, was ja auch gar nicht so unrealistisch ist. Haben wir jetzt gegen Kiel verloren, das Hinspiel zu Hause. Ich meine, dass die Statistik da auch ganz klar dagegen spricht, dass da irgendwer dann im Rückspiel noch was gedreht hat. Mal sehen, mal sehen, was da so geht. Das wären alle News gewesen für diese Woche. Wieder, ja, ja, ein Ticken lang geworden fast. Aber, ja, das wird wahrscheinlich so eine normale Länge bleiben bei so vielen Gerüchten, die sich da immer anhäufen werden. Dann würde ich sagen, macht euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.